Viele Menschen wissen nicht, was es bedeutet, abgesondert zu sein. Hallo Leute! Sprechen wir heute ein wenig über das Abgesondertsein. Die Bibel erzählt eine ganze Menge darüber. Viele Menschen wissen nicht, was es bedeutet, abgesondert zu sein. Schau mal. Das Wort heilig bedeutet genau das. Heilig bedeutet, beiseite gestellt werden, abgesondert zu sein. Wir sind durch den Heiligen Geist geheiligt worden. Das bedeutet, dass wir durch ihn abgesondert wurden. Wofür? Je mehr ich darüber nachdenke, wie die Gemeinde sein sollte, desto klarer wird es für mich. Das griechische Wort für Gemeinde, für die Ekklesia, ist ein zusammengesetztes Wort, das aus zwei Wörtern besteht. Eines davon bedeutet, herausgenommen, abgesondert zu sein. Das andere bedeutet, zusammengefügt, zusammengesetzt zu sein. Das Traurige ist, viele Menschen, die zur Gemeinde gehören, denken nur an den zweiten Teil. Ah, Gemeinde bedeutet, dass wir uns versammeln. Nein. Eine Gemeinde bedeutet, dass wir abgesondert worden sind, um uns zu versammeln. Wir wurden durch Gott abgesondert. Wofür? Um uns zu treffen. Einander zu lieben. Füreinander zu sorgen. Um die Lasten des Anderen zu tragen. Denk mal darüber nach. Jesus hat sehr deutlich gezeigt, worum es in der Gemeinde geht. Apostel Paulus hat ein klares Verständnis. Paulus schrieb an die Korinther, Tretet aus der Welt heraus. Seid mein Volk und ich werde euer Gott sein. Die Erkenntnis, dass wir abgesondert worden sind, ist vielen Christen fremd. Jesus machte deutlich, dass wir zwar in dieser Welt leben, aber nicht mehr Teil des Systems dieser Welt sind. Ich frage mich, wie viele Menschen in der Gemeinde haben das wirklich verstanden, leben das tatsächlich? Wir lehren Leidenschaftsprinzipien in der Gemeinde, entweder nach dem alten Bund oder nach dieser Welt. Wie sinnvoll ist das? Wie wir mit Geld umgehen und wie wir glauben, dass wir Geld bekommen, stammt aus einem System, das Welt genannt wird. Wie gehen wir mit Beziehungen um? Wir lernten es von einem System namens Welt. Doch Gott hat uns abgesondert. Er hat uns zur Seite gestellt. Das Traurige ist, dass Religion das so schlecht gemacht hat. Religion hat die Güte Gottes nicht verstanden. Das Einzige, was die Religion tut, sie schreibt uns eine Menge Regeln vor. Als Christ gehst du nicht mehr ins Kino, machst kein Tattoo, trinkst nichts mehr, ausser Cola, das darfst du trinken. Mein Glas Wein zu messen ist viel gesünder als deine Cola zum Abendessen. Weshalb erlassen die Christen ein Gesetz, wonach man keinen Wein, aber Cola trinken darf? Welchen Sinn macht das? Überleg doch mal. Anstatt zu verstehen, dass wir von Gott für einen bestimmten Zweck abgesondert sind, lehren wir die Menschen, ein Leben voller Regeln und Vorschriften zu führen. Denk mal nach. Vor 36 Jahren sonderte ich mich ab. Weisst du, was ich tat? Ich habe Ja zu Debbie gesagt. Am 25. Oktober 1986 gab ich ihr mein Ja-Wort. Verstehe mich nicht falsch. An diesem Tag wurde ich gewissermassen heilig für sie. Heilig bedeutet abgesondert. Ich brauche keine 20 Regeln. Sieh keine Frau an. Umarme keine anderen Frauen. Flirte nicht mit Damen. Welche Regeln brauche ich? Ich bin für Debbie abgesondert. Ich bin heilig. Ich gehöre ihr. Ich brauche keine Regeln mehr, dass ich keine anderen Frauen berühren darf. Heilig zu ihr gehöre. Wir leben unser ganzes Eheleben auf diese Weise. Nichts, was wir haben, gehört uns. Wir verwalten alles. Wir gehören Gott. Da wir Gott gehören, ist auch alles, was wir haben, Gottes Eigentum. Deshalb müssen wir gut verwalten. Deswegen ist unser Haus immer voll von Menschen. Und ich sage den Leuten immer wieder, Was immer du brauchst, wenn es hier ist, gehört es dir. Ausser Debbie. Rühre sie nicht an. Sie gehört mir. Für sie bin ich abgesondert. Und so ist auch das christliche Leben. Gott hat uns nicht aus der Welt geholt, damit wir ein religiöses Leben voller Regeln führen. Gott hat uns aus dem destruktiven System dieser Welt herausgenommen, das von Sünde und Egoismus beherrscht wird. Und er sagt, ich will dich für mich. Du bist jetzt mein. Ich bezahlte für dich mit meinem Blut, ich will dich nur für mich. Sobald du das verstehst, macht das christliche Leben so viel Spass. Stell dir vor, ich laufe so herum. Oh, das Eheleben ist so hart. Leute, heiratet nicht, das ist wirklich schwer. Du kannst keine anderen Frauen mehr küssen. Du darfst nicht mehr mit anderen Frauen schlafen. Leute, das ist wirklich hart. Du musst treu sein, Daniel. Bist du sicher, dass du heiraten willst? Wenn du so weitermachst, denkst du, das ist wirklich dumm. Doch bei Gott verhalten wir uns oft so. Er hat mich erkauft, mit seinem Blut bezahlt. Er will Intimität mit mir. Wenn du das verstehst, hat die Welt und alles, was sie zu bieten hat, keinen Einfluss mehr auf dich. Es ist mir egal, wie viele schöne Mädchen mich mögen. Das interessiert Debbie auch nicht. Diejenigen, mit denen ich hier zusammenlebe, wissen es. Ich habe nie auch nur einen Funken Eifersucht bei Debbie gespürt. Sie weiss, dass wir füreinander abgesondert wurden. So ist es mit Gott. Anstatt zu verstehen, dass er uns für Intimität abgesondert hat, um eine unglaubliche, tiefe Zufriedenheit zu erfahren, haben wir aus der Absonderung religiöse Vorschriften gemacht. Ah, du musst dich von der Welt absondern. Mach dies nicht, mach jenes nicht, das andere auch nicht. Oh, du fährst dieses schöne Auto, das ist weltlich. Ich gebe dir eine Definition von weltlich. Ich riskiere hier wirklich etwas. Ich riskiere sowieso immer. Ich glaube, es gibt nur eine Definition dessen, was Weltlichkeit wirklich bedeutet. Ich glaube, es ist dieselbe Definition, die auch für Satanismus gilt. Denn Jakobus sagt, Diese Weisheit ist menschlich und irdisch. Es ist eine fleischliche und dämonische Weisheit. Pass auf. Weltlichkeit ist das Gleiche wie Satanismus. Es ist nur eine Sache. Egoismus. Wusstest du das? Das war's. Antony Lovay, der Gründer der satanischen Kirche, und das hat nichts mit Tieropfern, Blut und all dem Zeug zu tun. Es geht darum, dass ich haben will, was ich möchte. Studiere das. Er schrieb die satanische Bibel, und das ist wahr. Was ist also weltlich? Ist es weltlich, einen Ferrari zu haben? Nein. Nein. Weisst du, wer das Metall für einen Ferrari geschaffen hat? Gott. Er schuf die Eisenminen. Überleg mal. Das ist weltlich, das ist nicht weltlich. Weisst du, was weltlich ist? Wenn ich selbstsüchtig lebe. Ich habe meinen Ferrari, und es ist mir egal, ob du mein Bruder verhungst. Ich kann ein altes, rostiges Auto haben und mich nicht um dich kümmern. Das ist weltlicher, als einen Ferrari zu haben. Siehst du, wie seltsame Religion uns zum Denken bringt? Ich bin vom System Welt losgelöst. Ein System, das sich Welt nennt, wird von Egoismus bestimmt. Ich will meinen Vorteil, ich will mein Geld, ich will meine Sachen, ich will mein Leben. Lass mich in Ruhe. Das ist das, wovon ich abgesondert bin. Ich bin abgesondert, um für Gott zu leben, der sagt, ich liebe und ich gebe. Hört zu. Das sagt die Bibel. Die Bibel sagt, Gott gibt uns alles, um zu geniessen. Doch im selben Zusammenhang sagt die Bibel, verlasse dich nicht auf das Geld, vertraue Gott, sei grosszügig, kümmere dich um die anderen. Das System dieser Welt ist das, wovon wir abgesondert worden sind. In unserem Dienst haben wir eine sehr einfache Kultur. Wir lieben immer die Menschen und verwenden das Geld. Wir werden niemals Menschen benutzen und Geld lieben. Weisst du warum? Weil wir abgesondert wurden, zu Seite gestellt, von einem System in ein anderes Reich. Lebe in diesem Reich, dann wirst du zufrieden sein. Lebe ausserhalb dieses Reiches, dann wirst du dein ganzes Leben lang der Erfüllung nachjagen und sie nie finden. Danke fürs Zuschauen, klicke auf Like, wenn es dir gefallen hat, teile es mit deinen Freunden, abonniere den Kanal. Daniel und Reinhard sagen Tschüss.